Dieser Schlag bei einem Charity-Turnier in New Mexico, USA lässt die Emotionen hochkochen. Gelungen ist er dem PGA-Tour-Profi Jeffrey Barton. Es handelt sich dabei um einen lupenreinen Hole-in-One. Und der ist in diesem Fall eine Million Dollar wert. So viel hat Barton ganz sicher noch nie verdient. Zumindest nicht mit einem Schlag. Entsprechend groß ist die Freude bei den Zuschauern und ganz sicher auch bei Barton selbst.